Hallo liebe Leute, ich habe eine Botschaft des Herrn für jemanden Bestimmten und dieser Mensch hat eine besondere Berufung und befindet sich derzeit in einer sehr schwierigen und schmerzhaften Situation, aber Gott gibt dir die Kraft dieses Kreuz zu tragen und der Herr sagt, dass diese Situation für dich im geistigen Sinne die Löwengrube darstellt, weil du dort quasi gefangen bist. Als Daniel in die Löwengrube geworfen wurde, war er auch dort gefangen, das heißt, er konnte nicht aus eigenen Kräften hinaus gelangen. Sollte jemand die Geschichte des Daniel in der Löwengrube noch nicht kennen, kann er für sich den ganzen sechsten Kapitel aus dem Buch Daniel durchlesen. Ich werde jetzt für das heutige Wort die wichtigsten Teile vorlesen, das sind die Bibelverse 17 und 20 bis 24. Darauf befahl der König, Daniel herzubringen und man warf ihn zu den Löwen in die Grube. Der König sagte noch zu Daniel, möge dein Gott, dem du so unablässig dienst, dich erretten. Früh am Morgen, als es gerade hell wurde, stand der König auf und ging in Eile zur Löwengrube. Als er sich der Grube näherte, rief er mit schmerzlicher Stimme nach Daniel und fragte, Daniel, du Diener des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du so unablässig dienst, dich vor den Löwen erretten können? Daniel antwortete ihm, Gott erlaubte diese Situation, weil dadurch dein Glaube gestärkt wird und außerdem wird sein Name verherrlicht. Denn die Menschen werden sein Eingreifen in diese Situation erkennen müssen und wenn du aus der Löwengrube herauskommst, wirst du genauso wie Daniel keinen Schaden erlitten haben, weil du auf Gott vertraut hast. Außerdem wird allen klar sein, dass du unschuldig bist, dass du also in diese Lage ohne Eigenverschulden geraten bist. Dies ist die Botschaft Gottes für dich und ich glaube, dass du sehr bald von allen Anschuldigungen und diesbezüglichen Herausforderungen befreit sein wirst. Bis dahin, bleibe stark und vertraue weiterhin auf Gottes Schutz. Ich bete für dich. Gott segne euch alle.